Radies Erben, der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick. Radies Erben, der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Am Samstagabend sitzen wir zusammen und fassen uns wieder mal an die Köpfe, was da im Totopokal passiert ist. Ja, also was soll man dazu sagen? Dümmer geht's nimmer. Das, glaube ich, beschreibt es am allerbesten, weil leichter kannst du nicht in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde landen als über diesen Totopokal. Und so ist 60 München jetzt mit einem 0 zu 1 und dazu kommt völlig verdient, hochverdient. Ausgeschieden beim Bayern-Ligisten in Pippinsried. Das ist fünfte Liga, Freunde. Das sind zwei Ligenunterschied. Pippinsried gewinnt 1 zu 0 gegen 60 München und folgt auf Illertissen, wo wir letztes Jahr ausgeschieden sind. Dann war es auch noch Hauptstadt. 2019 und 20 haben wir ausnahmsweise den Pokal gewonnen gegen Würzburg. Aschaffenburg davor, wo 60 ausgeschieden ist. Und dann war es noch Bayreuth. Also ich glaube, wenn wir diese Gegner durchgehen, Olli, dann muss man ganz klipp und klar festhalten, das ist dann auch ein bisschen der Hochnässigkeit einiger Spieler geschuldet. Die meinen, sie sind die Allergrößten und sie können mit angezogener Handbremse dort spielen, weil das ist ja nur fünfte Liga. Ja, aber so funktioniert es halt eben nicht. Ja, Tobi, ich bin immer noch konsterniert, muss ich wirklich sagen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also 60 München gleicht einer Großbaustelle, aber zunächst mal zu den Finanzen, ja. Also ich kann nicht nachvollziehen, wie man so sorglos damit umgehen kann, ja. Also eine Pokalkalifikation, also für den DFB-Pokal hat in dieser Saison quasi 215.000 Euro gebracht, ja. Und dann fliegt man als Profimannschaft gegen so Feierabendkicker im Totopokal raus, dann muss ich einfach sagen, dann fehlt es einfach an der Klasse, ja. Und wir reden hier von der fünften Liga, also es heißt zwar jetzt Bayern-Liga, das hört sich mehr an, als es wirklich ist. Und das soll jetzt auch nicht despektierlich gegenüber Pippinsried klingen, also wirklich nicht. Aber für mich ist es nicht nachzuvollziehen, dass eine Profimannschaft, ja, vor allem die Spieler, die jetzt in den letzten Wochen jetzt nicht unbedingt so zum Einsatz gekommen sind, ja, können sich endlich mal wieder präsentieren, können sich in Schaufenster stellen. Und dann liefern die so eine Leistung ab, natürlich gegen eine engagierte Bayern-Liga-Mannschaft, ja. Für die war das Spiel des Jahres, ja. Man muss auch mal ein bisschen zurückblicken, unsere zweite Mannschaft, also die U21, die in der Bayern-Liga spielt, hat eben 0 zu 0 gemacht gegen diese Mannschaft, ja. Und damals war Pippinsried noch im Flow, die haben ja viele Verletzte zu beklagen. Und ich meines Wissens sind in der heutigen Mannschaft, beziehungsweise die Mannschaft, die heute gegen 60 München auf dem Platz stand, da sind nur noch vier Stammspieler dabei. Das muss man ja auch mit einbeziehen. Und deswegen kann ich diese Leistung überhaupt nicht erklären. Und langsam muss man sich fragen, also für den DFB-Pokal reicht es bei 60 München nicht, für den Totopokal reicht es nicht. Vielleicht muss man jetzt einen neuen Pokal gründen für 60, dass es wenigstens dafür reicht. Vielleicht haben wir einen Stadtteilpokal in München. Also irgendwie, Freunde, dieses Engagement, das fehlt mir einfach, also diese Ernsthaftigkeit, ja. Das ist das Profigeschäft, ja. Das ist der Beruf dieser Spieler. Und dann kann man nicht so sorglos damit umgehen, dass man einfach so eine Chance einfach wegwirft. Weil es geht ja auch um die Außendarstellung. Das muss man mal sehen. 60 München war heute im bayerischen Fernsehen zu sehen. Und so mehr Anti-Werbung geht nicht. Ja, es gibt auch dann deutschlandweite Medien, die das natürlich auch schon aufgegriffen haben. Also zum absoluten Fremdschirmfaktor ist dieses Spiel geworden. Man muss keinen eigenen Pokal gründen, man muss nur gewisse Dinge hinterfragen. Ich habe mich in den letzten Wochen, Olli, mit der Kritik zurückgehalten, weil ich schon fand, dass 60 München besonders in den Spielen in Köln und gegen Regensburg einerseits Pech hatte und logischerweise andererseits auch ungerecht behandelt wurde. Aber dann sowas anzusehen, das ist schon extrem bitter. Ich mache der Mannschaft Vorwürfe, ich mache aber auch Maurizio Jakobacci Vorwürfe. Es hat sich ja gestern dann langsam rauskristallisiert, mit welcher Mannschaft er antreten wird in Pippinsried. Und da habe ich dir gestern schon gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das was wird gegen Pippinsried. Das war mir eigentlich fast schon in gewisser Weise klar, dass das wieder einen ausgibt im Trotto-Pokal. Und da muss man dann, finde ich, ich habe jetzt in den letzten Wochen die schützende Hand über Jakobacci gehalten. Ich habe ihn auch schon mal in Frage gestellt, aber da muss ich einfach auch ihn wieder in Frage stellen, warum er es nicht kapiert, dass er auf gewisse Spieler einfach nicht zählen kann, auf gewisse Neuzugänge nicht zählen kann. Und das muss man so deutlich sagen. Es ist immer wieder zu sehen, jede Woche, Woche für Woche, dass diese Spieler nicht passen und dass sie nicht performen. Er bringt einen Bonger von Anfang an. Bonger, das mag ein ganz netter Mensch sein, ganz lieber Typ sein. Er hat nicht ein Spiel performt, nicht ein einziges, seit er bei 60 München spielt, wo er das abgerufen hat, was man von ihm sich versprochen hat. Ein Frei. Ich habe keine Erklärung dafür, was mit diesem Mann los ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kritisiere ihn immer. Das tut mir auch wahnsinnig leid. Der ist bestimmt wahnsinnig nett. Aber wir müssen dann einfach auch mal die Leistung bewerten dürfen. Und die hat einfach auch noch nicht ein einziges Mal gepasst. Und dann spielt er 90 Minuten durch. Den hätte ich nach 20 Minuten ausgewechselt. Aber er hat 90 Minuten einen ganz, ganz, ganz schlimmen Stiefel runtergespielt. Ein Schuss aufs Tor, den hat er 20 Meter drüber geschossen. Der hat irgendein Auto auf dem Parkplatz verbeugt, glaube ich. Also das ist unglaublich. Das verstehe ich nicht. Das kann ich einfach nicht verstehen. Und dass der dann 90 Minuten durchspielt, ich weiß es nicht. Erst als dann Greilinger eingewechselt wurde, da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, oh, da kann ja auch jemand laufen. Also da kommt dann auch mal Geschwindigkeit rein. Ansonsten war das ein Standfußball. Ansonsten war das angezogene Handbremse. Und ich weiß nicht, warum Jakobacci das nicht sieht. Warum er nicht begreift, dass er auf gewisse Spieler nicht setzen darf und nicht setzen kann. Und gewisse Spieler sich in der Winterpause verabschieden müssen, die einfach nichts in diesem Kader verloren haben, weil sie keine Leistung zeigen, auch wenn man ihnen dann mal die Chance gibt. Da kommt nichts. Die kannst du in der dritten Liga einwechseln, 20 Minuten vor Schluss. Die kannst du von Beginn an im Totopokal bringen. Sie bringen nichts und ich befürchte, dass das Jakobacci zum Verhängnis wird. Also ich glaube, Tobi, dass er einfach noch auf das Prinzip Hoffnung setzt, Maurizio Jakobacci. Denn er hat diesen Kader zusammengestellt und er hofft halt einfach noch, dass diese Spieler dann doch mal was zurückgeben. Aber man beobachtet das ja auch im Training und auch in den Spielen, wenn gewisse Spieler eingewechselt werden. Dann muss man einfach sagen, es reicht einfach nicht, um den Kader dann, sage ich mal, auf dem gleichen Niveau oder die Mannschaft auf dem gleichen Niveau zu halten, Tobi. Und das ist mir schon auch jetzt in der Drittligaserie mehr oder weniger auch aufgefallen oder stark auch aufgefallen. Immer wenn es dann Auswechslungen gab, dann ist es meistens, ist der Schuss dann nach hinten losgegangen. Jetzt gut, jetzt in Saarbrücken jetzt glücklicherweise nicht, aber das war auch eine phänomenale Leistung, finde ich jetzt vom Herz, von der Mentalität her. Da hat alles gepasst, ja. Solche Spiele gibt es natürlich auch. Aber Oli, sorry, da muss ich aber nochmal einhaken. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt eine englische Woche spielen. Also die hatten ja jetzt eine Woche Zeit und haben dann eine Woche Zeit bis Haching. Warum, verdammt nochmal, bin ich so arrogant und so hochnäsig? Ich muss das so deutlich sagen, ich würde gerne auf den Tisch hauen, aber meine Kinder schlafen schon. Warum bin ich so hochnäsig und so verdammt arrogant, dass ich dann einfach die zweite oder dritte Mannschaft bringe? Das verstehe ich nicht. Ja gut, Maurizio Jakobacci hat ja heute in der Pressekonferenz dann hinterher im Vereinslokal gesagt, also das war keine BF, die auf dem Platz gestanden ist. Was ist denn das dann, was ist denn das dann, bitteschön? Ja, da muss ich noch dazu was sagen. Und es gibt ja so ein BER-Interview, wo er dann auch sagt, ja, dann haben sie gesehen, dass sie zu Recht draußen sitzen. Also er hat mehr oder weniger zwei verschiedene Antworten gegeben. Ich bin persönlich dafür, dass endlich dieses Leistungsprinzip Einzug hält bei 60 Minuten. Heißt also, wenn man über Wochen jemand, sage ich mal, auf dem Trainingsplatz hat, beziehungsweise auf dem Fußballplatz, und der kann nicht liefern, ja, dann spielt er einfach nicht mehr. Ganz einfach. Ja, und dann muss er sich ganz weit hinten wieder anstellen. Aber Maurizio Jakobacci will natürlich die Stimmung aufrechterhalten. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig in einer Fußballmannschaft. Also, wenn du jetzt 24 Spieler theoretisch hast, ja, dann willst du jedem das Gefühl geben, dass er wichtig ist. Ja, das gehört ja auch dazu. Aber trotzdem, Freunde, das ist Profigeschäft, ja. Da gibt es auch mal Verlierer, mal hängende Köpfe, aber es gibt auch viele Gewinner. Und im Grunde sind wir in einer Leistungsgesellschaft, und das erwarte ich eben auch von 60 Minuten, beziehungsweise von Maurizio Jakobacci, dass er da knallhart durchgreift. Die Besten müssen immer spielen. Und wenn ich schon jetzt von den Besten spreche, dann gehört zu den Besten für mich auch David Richter. Und das ist der Torwart. Ja, ganz eindeutig. Und wir haben heute gesehen, wir haben heute gesehen, wie das 1 zu 0 entstanden ist. Ja, es mag so sein, dass Marco Hiller von seinen Vorderleuten in dieser Szene beim Gegenteuer im Stich gelassen wurde. Aber er hat seinen Moment, ich rede aus, er hat seine Vorderleute auch komplett verunsichert, nämlich dadurch, dass eineinhalb Meter rausgegangen ist und dann doch nicht an den Ball gekommen ist. Und dann denken sich die Verteidiger, ja, dann wird ihn der Torwart schon haben. Weil wenn er rauskommt, dann muss er an den Ball. Aber er war nicht an den Ball, und dann gab es das Gegentor, und das war die Entscheidung. So ist es, Tobi, du hast das gut zusammengefasst. Und das ist genau diese Achillesferse, auch in der Löwenabwehr. Dass Marco Hiller, wenn Marco Hiller im Tor steht, er ist einfach nicht so gut wie David Richter beim Rauslaufen, eben bei den Flugbällen. Und das muss man ganz klar sagen, bei der Berechnung der Bälle. Und das hat man heute wieder gesehen. Genauso wie das Gegentor eben in Ulm gefallen ist. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, da war der Wind mit dabei. Aber da hast du auch wieder diese Unsicherheit gemerkt und gespürt. Und das war mir persönlich eigentlich klar. Natürlich wünsche ich ja Marco Hiller nur das Beste. Aber es war irgendwie abzusehen auch, dass mit seiner Rückkehr auch wieder die Nervosität oder beziehungsweise die Unsicherheit in der Löwenabwehr zurückkommt. Und dieses Gefühl hatte ich jetzt eben vier, fünf Wochen lang nicht mit David Richter. Und deswegen heißt es für mich... So wie der rauskommt, bin ich mir tausendprozentig sicher, dass er dieses Gegentor nicht gefangen hätte. Ja, das glaube ich auch. Und deswegen muss bei 60 München, müssen die Besten spielen. Und wenn man eben die Besten spielen lassen will, dann muss aus meiner Sicht David Richter Torwart Nummer eins bleiben. Ja, ganz einfach. Und Marco Hiller ist offenbar momentan nicht in der Verfassung. Klar, er war verletzt. Das muss man ihm in Anführungszeichen zugute halten. Aber nochmal, die Mannschaft von 60, die Abwehr, hat für mich jetzt wirklich einen sattelfesten Eindruck gemacht in den letzten Wochen. Und es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und vor allem, dass du so einen Schlussmann hinten drin hast, der wirklich in jedem Bereich eigentlich gut ist, ja, für Drittliga-Verhältnisse. Und du hast eine gewisse Sicherheit gemerkt, du hast gemerkt, die Abwehr hat Spaß, die Mannschaft hat Spaß auf dem Platz. Auch wenn sie jetzt in Köln verloren hat, unglücklich. Oder jetzt gegen Regensburgheim, das war unglücklich. Ja, aber dafür haben sie dann überragend zusammengehalten gegen, oder in Saarbrücken beim 3-2. Und deswegen dann, ja klar, Marco Hiller ist Vizekapitän, ist lange Zeit schon bei 60 München. Aber nochmal, Freunde, es zählt das Leistungsprinzip. Und dann müssen halt einfach die Besten spielen und nicht die B-Auswahl sozusagen. Und vor allem in solchen Spielen, weil die Mannschaft hat ja genau auf dieses Szenario hingearbeitet, auf dieses Totopokalspiel. Weil sie haben ja kein Vorbereitungsspiel mit eingebaut jetzt in dieser Zeit, in dieser Länderspielpause. Dann kann ich schon erwarten, wenn es nicht einer angeschlagen ist, dass diejenigen dann auch spielen. Es müssen ja nicht alle spielen, aber zumindest muss ein gewisses Korsett, muss auf dem Platz stehen, wo du eine gewisse Stabilität reinbekommst. Und da gehört halt einfach mal, es gehören so Spieler dazu, wie auch Jesper Flade. Also ich glaube nicht, dass es heute an der Innenverteidigung lag. Gut, jetzt kann man sagen, Leroy Quadro war auch beim Gegentor mit dabei. Okay, aber nochmal, Michi Glück hat die letzten Wochen gut gespielt. Ja, an ihm lag es heute nicht, dass er 60 München verloren hat. Und von Leroy Quadro kann man auch erwarten, dass er eine Mannschaft auch führt. Aber das siehst du auch einfach, dass die Führung auch in der Mannschaft fehlt. Und wenn ich die Führung nicht in der Mannschaft habe, dann muss ich zumindest an sich einen Torwart haben. Und das hatten wir heute eben nicht. Ich will dich nicht unterbrechen, nicht, dass du mir wieder anhören musst. Ja, der lässt sich dann nicht ausreden. Manchmal bin ich so emotional und dann schießt das alles aus mir raus und dann unterbreche ich den Olli ab und zu. Das tut mir auch wahnsinnig leid. Aber ich sehe es eben genauso. Man hat eben heute gesehen, dass du ohne diese Führungsspiele, ohne Verlad, ohne einen Reader zum Beispiel, dass du mit diesem Gefüge nicht in der Lage bist, dann bei einem Fünftligisten zu gewinnen. Und ich möchte ein paar Spiele ausnehmen, aber ich möchte jetzt, das mache ich jetzt einfach, ich möchte jetzt einfach auch ein paar Namen nennen, die aus meiner Sicht gescheitert sind bei 60 München. Das muss man so deutlich sagen. Das sind die Herrschaften. Suleimani, der spielt eine Halbzeit lang katastrophal, wird dann in der Halbzeit ausgewechselt. Ja, also das ist für mich absolut ein Kandidat, den man zur Winterpause möglichst versuchen muss, zu verabschieden. Wenn das irgendwie geht, wenn das irgendwie gehen sollte, ein Frei, der weiß ich nicht, was mit dem los ist. Ich habe keine Ahnung. Ein Bonger, der sicherlich kein Drittliga-Format hat. Tut mir leid. Es leid, es mir tut. Und auch wenn du, Olli, auch wenn du immer hinter ihm stehst und ihn immer verteidigst, aufgrund seiner fußballerischen Klasse, sorry, ich weiß nicht, was er hat. Er hat nicht ein Spiel vernünftig performt in dieser Saison. Ich verstehe es nicht. Er verschießt dann auch noch den Elfmeter. Und das ist jetzt nicht der Grund meiner schlechten Bewertung. Aber es hat einfach alles gefehlt, auch bei Albi Frenetzi über 90 Minuten. Das war eine ganz, 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 ganz schwache Vorstellung. Er ist nicht in der Lage, mit der Nummer 10 hinten drauf bei einem Fünftligisten so zu performen, dass man sagt, okay, das war jetzt eine ordentliche Leistung. Er muss ja nicht der beste Mann auf dem Spielfeld sein, aber er sollte schon in der Lage sein, mit seinen Fähigkeiten das Mittelfeld dann so herzurichten, dass da nichts anbrennt. Und der ist einfach heute auch wieder gnadenlos gescheitert, Albi Frenetzi. Das sind diese Spieler, die aus meiner Sicht keine Zukunft mehr haben bei 60 München. Auch ein Steinhardt, da war ich total enttäuscht, wirklich, da war ich total enttäuscht. Und das hat sich dann eben auch gezeigt, was da plötzlich für eine Geschwindigkeit reingekommen ist, als Kreilinger ins Spiel kam. Das sind alles Spieler, die die 60 München nicht mehr weiterbringen werden. Das sind harte Worte, aber das muss man jetzt einfach mal ganz klar so benennen. Ja, Tobi, ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll. Es hat mich schon sehr runtergezogen heute, diese Niederlage, weil es ist für mich eigentlich jetzt nach dem Zwangsabstieg 2017 eigentlich diese schmerzvollste Niederlage, muss ich sagen, so nach dem 0 zu 1 in Buchbach. Das war ja bei einem der ersten Spiele eben in der Regionalliga Bayern damals. Also aber dieses Spiel wirklich, also mir fällt eigentlich kein anderes Spiel ein, das wirklich so schmerzt, wie dieses 0 zu 1 gegen den FC Pippensried, also fünfte Liga, diese Mannschaft trainiert zwei bis dreimal in der Woche. Und nicht unter Top-Bedingungen, wie es jetzt bei 60 München der Fall ist, sondern eben mit einem, sage ich mal, mit einem schummrigen Flutlicht in Anführungszeichen. Und da kann man nur trotzdem aber auch den Hut ziehen vor dieser Mannschaft, vor Pippensried, die wirklich alles in die Waagschale geworfen haben heute. Die haben sich als Mannschaft präsentiert und weil du hast vorhin Albi Frenetzi angesprochen. Also bei ihm hat man zum Beispiel wieder die Körperspannung gefehlt. Ja, und so schießt man auch keine Elfmeter aus meiner Sicht. Er ist ein Techniker, er braucht den Ball nur in der Ecke. Warum schießt er überhaupt? Also wenn, also klar war das keine überzeugende Leistung von Steinhardt, aber wenn ein Steinhardt auf dem Feld ist, dann muss der doch die Elfmeter schießen. Also warum schießt jetzt auf einmal Frenetzi die Elfmeter? Also das kann man, hinterher ist man immer schlauer, Tobi, ich hätte mir jetzt auch zugetraut, wenn man in 52 Jahren sich den Elfmeter macht, weil ein gesetzter Ball ist eigentlich für einen Fußballer, der ein bisschen Gefühl im Fuß hat, ist eigentlich theoretisch eine klare Angelegenheit. Man sagt ja immer, der Gefaulte soll nie schießen. Steinhardt wurde eben in dieser Situation gefault. Deswegen hat sich wahrscheinlich Albi Frenetzi den Ball geschnappt, auch um ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir noch das Elfmeterschießen erreichen werden. Vor allem dann eben auch in Überzahl noch dazu. Das haben wir ja bis jetzt noch gar nicht so erwähnt, Tobi. Also 60 München war ungefähr 30 Minuten in Überzahl gegen den Bayern-Ligisten. Also mir fällt eigentlich gar nichts mehr ein, wie man sich so präsentieren kann als 60 München. Und dadurch hat die Mannschaft wirklich wieder sehr viel Kredit verspielt bei den Fans. Und auch der Trainer natürlich muss sich jetzt harte Worte gefallen lassen. Und das tut wirklich sehr weh, nach dieser großartigen Leistung zuletzt in Saarbrücken. Ich möchte eins sagen, nicht, dass wir uns da falsch verstehen und nicht, dass dann wieder welche kommen und sagen, jo, die reden in einer Woche so und dann wieder ganz anders. Nein, das tun die nicht. Ganz klar, diese Mannschaft, wie sie gegen Saarbrücken auf dem Feld stand, hat Potenzial. Aber wir haben ganz klar gesehen heute, dass die Spieler, die dahinter sind, die die eigentlich anschieben sollen, dass die nicht in der Lage sind, ja, für 90 Minuten zu spielen. Einen Gegner wie Pippins Ried, einen Fünftligisten irgendwie zu bespielen, dazu sind sie nicht in der Lage. Dementsprechend, es gab viele Neuzugänge, ja, aber dementsprechend müsste man jetzt in der Winterpause eben dann auch aussieben. Es müsste sich die Spreu vom Weizen trennen, um weiter nach vorne zu kommen. Aber da drehen wir uns jetzt wieder im Kreis, weil das ist ja noch nicht mal ein Sportdirektor da, der irgendwie Planungen anschieben könnte. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben jetzt bald Ende November, es ist immer noch kein Sportdirektor oder ein Sportgeschäftsführer ist nicht da. Auf was warten die eigentlich? Auf was warten die? Aber mich wundert das nicht, weil keiner von diesen Menschen hat jemals irgendwas mit Fußball zu tun gehabt. Ja, und wenn jetzt noch mal irgendjemand bekräftigen sollte, dass die Gespräche verschleppt worden sind, noch mal, Reisinger hat sich, ich glaube, vor ziemlich genau einem Jahr mit Benni Laut zusammengesetzt. Sogar Marc-Nikolai Pfeiffer hat den Kontakt zu Benni Laut gesucht, der aber jetzt abgesagt hat bei 60 München, weil ihm das zu chaotisch ist und er da mit seinem Expertenjob bei der Zone tatsächlich etwas zufriedener ist. Das musst du dir mal vorstellen. Also er hat jahrelang gesagt, Benni Laut, ja, er wird so gern bei 60 München arbeiten, aber das ist in diesem Fall jetzt in diesem Moment, in dieser Situation, dann glaube ich, auch ein bisschen zu chaotisch. Außerdem ist es sowieso in dieser Konstellation, Tobi, bei 60 München zu arbeiten, ist mehr oder weniger ein Schleuderstuhl, weil in dieser, sag ich mal, in diesem unruhigen Fahrwasser, in Anführungszeichen, im Verein, da ist es nicht schön zu arbeiten, also das macht keiner freiwillig sowas und da braucht man dann ein fürstliches Schmerzensgeld, dass man sowas dann überhaupt macht und Benni Laut hat es, glaube ich, so formuliert, er hat eine andere Lebensplanung, das sagt eigentlich auch viel aus, dieser Satz, Benni Laut hängt an 60 München, aber in dieser Konstellation bei 60 München einzusteigen, also da kannst du auch in Anführungszeichen selber einen Kopfschuss geben, weil Spaß macht es sicherlich nicht. Aber wer macht es dann? Also wer ist so, da haben wir ja schon mal die Frage gestellt, wer ist so verzweifelt, um sich das anzutun dann? Ja, also ich glaube nicht, dass es auf eine große Lösung am Ende hinauslaufen wird und wie gesagt, wer tut sich das an? Es kann sich nur einer antun, der, sag ich mal, jetzt zur Verfügung ist, klar, sowieso, aber der auch keine großen Ansprüche auch hat, weil so in dieser Konstellation wie der Verein aktuell aufgestellt ist, wird das nichts mehr werden. Also das ist so sicher wie es einmal in der Kirche, Tobi. Leider, ja, also ich muss, ich unterhalte mich ja viel mit Fans, ich schreibe mir E-Mails, rufen mich an und mit Leuten, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, auch nicht weiß, wie die heißen und ich immer, kommt derselbe Tenor raus, sie sind verzweifelt, sie können nicht mehr. Und der Verein oder ja, diese Leute schauen einfach zu, ich habe ja gestern ein Interview gemacht mit dem Präsidenten von Pippensried, war ja ganz interessant, wo er gesagt hat, ja, sein Gefühl, er hat ja jetzt mit 60 Mücken auch zu tun gehabt, dass bei manchen eben das Ego über dem Verein steht und genau das ist das Problem bei 60 Mücken. Ja, wir wollen jetzt nicht näher ins Detail gehen, aber das hat schon, das hat schon, ja, absolut Aussagekraft, wenn sowas dann von einem gegnerischen Funktionär dann kommt. Ja, also, es hängt alles weiter in der Luft, es ist gleich Wintertransferfenster, nur, wer soll den Spieler holen? Das ist die große Frage. Ja, es ist völlig kurios, es ist absolut nicht zu glauben, was an der Grünwalderstraße 114 abgeht, eine Sache, über die wir noch nicht gesprochen haben, jetzt mal völlig losgelöst von der sportlichen Situation. Es gab die Generalversammlung, die Jahreshauptversammlung der Fußballabteilung unter der Woche, verbunden mit großen Vorwürfen an die Fußballfirma, an die KGA, denn, ja, die Plätze seien nicht so ausgelegt für die Jugend, dass man da gut drauf spielen könne, das war so das Argument, dann haben einige darauf reagiert und gesagt, ja, Moment, warum, warum baut denn die KGA diese Plätze nicht aus? Also, der springende Punkt ist, schlicht und ergreifend, dass ein Nachwuchsleistungszentrum eigentlich, Olli, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, über fünf Plätze verfügen müsste, richtig? Über fünf Plätze. Drei Plätze. Drei Plätze, die man zur Verfügung haben müsste, die aber dann den Profis fehlen. So, jetzt möchte der EV an der Grünwalderstraße 114 noch eine Turnhalle bauen und wird das Ganze nochmal kleiner. worauf will ich hinaus? Der FC Bayern hat vor einiger Zeit einen riesen Campus gebaut, weil man irgendwann festgestellt hat, dass die Kapazitäten an derselben in der Straße für heutige Verhältnisse nicht mehr ausreichen. Es ist das gleiche Thema wie beim Grünwalder Stadion. Es ist alt, es ist nicht mehr zeitgemäß, es ist zu klein und das ist eben auch beim Trainingsgelände so, da sind logischerweise der KGH auch so ein bisschen die Hände gebunden. Olli, was noch dazu kommt, ist ja auch die Tatsache, dass zum Beispiel Spiele von der zweiten Mannschaft und so weiter von anderen Mannschaften von 60 München gar nicht mehr an der Grünwalder Straße stattfinden können. Das musste alles ausgelagert werden schon zu konkurrierenden Vereinen, möchte ich es jetzt einfach mal nennen. Auch da sieht man, es ist einfach zu klein, es ist nicht mehr zeitgemäß. Die Fußballabteilung hat ja über 22.000 Mitglieder und jetzt war am vergangenen Dienstag waren dann 50 stimmberechtigte Menschen, waren eben in der WIP-Alm. Das muss man sich mal vorstellen. Also ich glaube, bei jedem Dorfverein sind mehr Mitglieder im Fußball bei so einer Versammlung dabei als bei 60 München. Und das, es wurde zwar gesagt, ja, dass der Löwe lebt, aber das sehe ich ein bisschen anders, ja, weil wenn zu so einer Veranstaltung nur 50 Leute kommen, das zeigt einfach dieses Desinteresse. Und dieses Desinteresse war auch in den letzten Jahren eben auch auf der Jahreshauptversammlung des TSV 1860 München zu sehen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, bei den Roten sind ja auch nicht so viele. Ist schon klar, aber vielleicht meint der Verein auch, das sagt dann eben aus, dass wir ja erfolgreich arbeiten, weil so viele, oder weil so wenige kommen, die sehen es dann vielleicht so und sagen sich und klopfen sich auf die Brust beziehungsweise auf die Schulter und sagen, ja, schau, alles ist gut. Nein, nichts ist gut bei 60 München. Und das sollte mal jeder sich hinter den Löffel schreiben, dass wir sehr, sehr viel Nachholbedarf haben bei 60 München in vielen Bereichen übrigens. Und ja, und nochmal aufs Trainingsgelände zurückzukommen. Aus meiner Sicht, dieses Trainingsgelände ist nicht mehr zeitgemäß, platzt aus allen Nähten. Drittens, hier die WIP-Alm, die wir ja quasi mehr oder weniger errichten mussten oder 60 München natürlich errichten musste, ist ja auch so eine logische Konsequenz aus dem Auszug der Allianz Arena ins Grünwalder Stadion, weil man hätte ja Platz, aber durch das, dass da 60 eben eine Sackgasse zurückgegangen ist ins Grünwalder Stadion, muss jetzt eben auch, braucht 60 München auch eine Alm, um wirklich ein bisschen Geld zu kassieren über WIPs, zum Beispiel, ja und das ist schon sehr traurig. Für mich ist das Trainingsgelände sowieso, man muss sich das auch mal vorstellen, da gibt es mehr oder weniger drei Gastronomiebetriebe auf so engem Raum, also zum einen das Löwenstüberl, dann auf der anderen Seite das Tennisstüberl, das ehemalige Tennisstüberl und dann gibt es noch hier in der WIP-Alm eben den Verzehr für die Mitarbeiter und auf so engem Raum gibt es quasi drei Angebote, also das passt ja auch nicht zusammen. Die Zeit läuft uns tatsächlich schon wieder davon, deswegen, ich gebe da natürlich für die Recht, es ist nicht mehr nicht mehr zeitgemäß, wie der Stadion, da gab es jetzt auch wieder ein Interview von Robert Reisinger, da wollen wir noch ganz kurz drüber sprechen, wo er so ein bisschen wieder das Ganze auf die Stadt geschoben hat, dass sie nicht willens ist, da jetzt irgendwie was Größeres zu bauen. Er hat gesagt, es ist zu klein mit den 18.000 und ein paar zerquetschten, so wie es ausgebaut werden soll, weil es gibt ja auch wirtschaftliche Interessen des Vereins, so in der Art hat er es formuliert. Also er hat nicht gesagt, Moment, wir verdienen nichts damit, aber es gibt wirtschaftliche Interessen des Vereins. Das lässt ja schon aufräuchen, Olli, so ein Satz vom Präsidenten, dass das jetzt auf einmal kommt, nach wie vielen Jahren, nach sechs, sieben Jahren, Wahnsinn. Tobi, nach sechseinhalb Jahren, ich war damals der Nestbeschmutzer und weil ich den Finger in die Wunde gelegt habe, es war jeder, der sich mit 60 München befasst, wusste das, ja, nur die Leute, die halt einen Stadiontraum gelebt haben, haben alle, haben Augen zugemacht, haben die Ohren zugemacht, sind einfach durchgegangen, ohne Rücksicht auf Verluste und die Quintessenz ist, dass 60 München immer kleiner wird. So ist das und auf absehbare Zeit, denke ich, wird das so weitergehen. Manche mögen damit ihrem Ziel näher kommen, glaube ich, aber wir werden sehen, wie sich das entwickelt, also wir sind wieder ein bisschen schlauer, sind raus aus dem Totopokal gegen Pippinsried, ausgeschieden, es gibt keinen Sportdirektor, es gibt auf Sicht kein Stadion, es gibt recht wenig Hoffnungsvolles an der Grünwalder Straße. Das war es von Radies Erben, wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende, macht es gut, abonniert uns weiterhin, folgt uns, Servus. Ciao. Ciao. Ciao.